Wir müssen Lord Hastings Kutsche erreichen. Ritter! Löscht die den Rebellen auf dieser Brücke aus! Flittenschütze entdeckt! Rebellen sind hier unter Besuch! Wenn Lord Hastings noch lebt, braucht ihr Hilfe! Lass keins von diesen Rebellenschweinen entkommen! Flittenschütze entdeckt! Ein Rebellen sind hier! Siehe unter schweren Beschuss! Er braucht Feuertum! Rebellen sind hier! Rebellen sind hier! Er muss nachladen! Ziel sind hier! Ziel sind hier! Da oben! Auf dem Wagen! Wir müssen Fessings erreichen! Gibt es den Rebellen? Na SO, wir müssen Fußgänger rein! Ich bin Fußgänger rein! Geben in den von! Ich muss nachladen. Ich hole ihn, ihr Koffel! Ach, zur Hölle! Du gehörst hier, Ritter. Ritter, dieser Teil der Drücke gehört wieder uns. Schnell, wir müssen noch Tastix bergen. Ich schlade ihn ab. Galahad, wir haben dieses Ende der Brücke sicher. Die Kutsche ist gesichert. Galahad, wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen Hastings rausholen. Ich gebe Deckung. Lucan, Egraine, auf mein Zeichen. Zieh den raus, wenn ich anhebe. Verstanden. Bereit? Jetzt! Wir haben ihn. Allemals zurück zum Palast. Grey, wo gehst du hin? Ich bringe es zu Ende. Jetzt ist nicht die Zeit für Rache. Komm wieder zu dir. Grey, halt! Verdammt! Verdammt! Hälfte, sie ist in Sicherheit. Hat jemand Gäller, Herr Flick? Luftkommando, sind irgendwelche Sentinels über unserer Position? Drei, ich will euch zu schütze. Funktioniert! Würde euch ein bisschen an ihn aus. Hälfte, ihr Lieben! Fertiget! Verfluchter Mist. 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 Lasst sie kommen. Behalten Sie ihn im Weg! Aye, ma'am. Verdammt! Verdammt! Scεί Estij 항상! Autarkt! Ja, ja, ja. 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 Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. 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 Wirtschaft. Ein Drink. Ein Drink, verdammt nochmal! Absinth. Zum vergessen. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Und? Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnehattare, Nichikaro. Devi. Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Ich bin die Hückel. 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 Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen? Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der Allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen Sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam! Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein! Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Todritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt Ihre Geheimnisse, selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen! Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall Werft. Beeilen wir uns. Besser Sie haben Recht. Um Ihretwillen. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Das ist für Sie. 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 Der Orden darf nicht in die Nähe. Das ist für Sie. Grey, was für ein Spiel spielst du? Was für ein Spiel spielst du? Was für ein Spiel spielst du? Das kann nicht sein.